Tja Aber die Augen ist immer noch so ein Thema für den Ich wollte schon gerade sagen Junge Das prettchen Joa Äh Was? Hallo? Nein 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 Alter Wie viel denn noch? Äh Ich kann mich grad Wenn es noch weniger? Ähm hallo ich kann so gut ich kann aufhören man hat bestimmt richtig gehört ich will das umgeklöpfert haben es geht eh nicht weg es wird auch mehr er drücken die ganze zeit auf den taster was funktioniert ist ähm was nein oh gut ich weiß laufstrikot oder flieg wie gewonnen so zerrommen fliegt ja nein hier sind wir hallo toll scheiße super schwanz oder? nein doch nicht hallo scheinbar sind deine Flügel auch noch nicht so gut nein toll gut gemacht wenigstens starte ich dann hier so trikot einmal darfst du ablutschen schwanze die Gitarren des gold dann guck das akut something Schwanz, achso, ne. Alter, guck mal, warum ist die solche Angst? Ach, hä? Trico war geflogen, vielleicht nicht weit, aber weit genug. Vielleicht, wenn seine Flügel vollständig geheilt waren, könnten wir weiter fliegen. Wenn, die Flügel vollständig ist, dann geht's. Nachher. Ich weiß nicht, ob ich die Leute sehen, ob ich die Leute sehen, ob ich sie sehen. Ich weiß nicht, ob ich sie sehen, ob ich sie sehen. Ich weiß nicht, ob ich sie sehen. Ich weiß nicht, ob ich sie wieder sehen. Toll. Das hat sie jetzt echt gebracht. Da ist ein Spalt runter, Junge. Okay, dann nicht. Ich gehe noch mal weiter runter. Ich weiß gerade wirklich nicht, warum ich das mache. Es geht. Also, mache ich es. Aber weiter runter geht es nicht. Das hat sich jetzt echt gelohnt. Entschuldigung, ich habe gedacht, da wäre etwas. Jetzt weiß ich, dass es nicht so ist. Weiter hoch. Oder? Hallo? Ah, dumme Idee. Da geht es nicht weiter. Hallo? Jetzt hat es. Muss ich jetzt hier lang? Möglich wäre es. Trigo? Oh, ich muss mich umsetzen. Aber da geht es nicht. Oh, ich muss mich umsetzen. Okay, das ist nicht her. Ich bin, wenn ich die Leute anders mache. Wir werden die Musik auf. Wie im Spiel steht? Oder? Oder? Super! Was kann der Junge überhaupt? Ich gehe jetzt einmal hoch, dann gehe ich wahrscheinlich jetzt da, wo ich gerade war, oder? Jo, dann gehe ich noch mal hoch. Stimmt vollkommen schön in die Arme von den Rüstungen. Das war auch gerade krass mit der Arme der Rüstungen. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat Rico die Augen überwunden? Oder hat er es jetzt nur überwunden, weil wir in Gefahr waren? Oh! Funktioniert das? Nicht ganz. Ach, da komme ich hier nicht durch. Das ist sehr komisch. Das ist sehr komisch. Du musst es ein bisschen schneller machen. Hallo! Halt! Achja, wir müssen ja zweimal. Ich weiß, es ist gerade echt spannend. Ich halte auch gerade echt den Atem an. Ich weiß nämlich jetzt gerade echt nicht, was passiert. Boah! Wir haben ein Fass. Was macht er mit dem Fass? Wird er es fressen? Super! Vielleicht macht er eine Fass-Rolle. Hahaha! Ich versuche mal was. Scheiß drauf! Okay. Es hätte funktioniert können. Und er sagt, ist egal. Okay. Einmal hoch. Ich würde sagen, da runter. Ach, Triko, mach schon. Macht das jetzt? Ich sehe nichts. Jo. Oh. Oh. Ach, ich sehe nichts dafür. Wo ist das? Oh! 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 Ya, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh! Nein! Nein! Ich sehe nichts. Oh, 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 oh. So, woher sind wir jetzt? Es sieht so aus, als wir irgendwo ein Fuster wie ich sehe es nicht. Dericka! Dericka! Komm her, komm her! Ach, da ist er schon. So, komm her, wieder zurück. Dericka! 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 Was passiert denn jetzt? Oh! Hehehe. Um. Das ist kein Hebel. was soll ich machen ich weiß jetzt gerade nicht was ich mache Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Oh ok ist falsch Ich dachte ich muss da hinten Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik So leicht Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Toll Hallo Wo bin ich? Ich wollte es nicht Ja, wo ich dich kümmere So schlimm ist es nicht Das ist nur ein eingewachsener Fingernagel, das sehe ich Junge Ich glaube ich bin falsch Das wässt du Scheiß drauf Knack Wie das mit Rackdoll immer aussieht Knacke Dingbuch Ich mach einfach mal Ich weiß nicht, was ist Hä? Ist mit mir jetzt was? Das ist schön Ja, super Ey, verzeiht Ja, lass los Ja, ich mach das Ich mach das Ich mach das das war So verloren. Spiel ist vorbei. 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 was ich mache ja das los Junge wird nichts bringen aber wenn es geht mit Stacheln sogar darf ich? ja ich darf für Trikot also unser Trikot oh sein Helm ist ab und sein Horn ist kaputt ist er tot? ja ich weiß oh mein Bein ja ruhig oh mein Bein oh mein Bein oh mein Bein ich bin 5 Meter lang nein stehe ich noch dran ja Junge ja 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 Das Schild. Funktioniert das noch? Beleuchten, ja, das weißt du noch. Ach, hier sind... sind wir jetzt hier? Ja, wir sind hier. Was habe ich gesagt? Da müssen wir doch bestimmt nochmal hin. Das wusste ich doch. Ich werde jetzt erstmal Trikot retten. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ja, wir gehen. Vielen Dank.